hallo und herzlich willkommen zurück wir hatten letztens gegen die piraten kämpft leider verloren heute wird das nicht so ausgehen ich hoffe ziehen uns heute ein bisschen besser ja ja piratenschiff haben wir letztens schon gesehen jetzt bekommt ihr den ring dich haben wir auch schon gehört so wie sieht es aus also wir haben jetzt schon mal deutlich besser gezogen wir haben jetzt hier in zwei und drei und das geht auch gut wir können den natürlich vergeben das ist sehr gut das ist eine regenerierende wache also man muss ihn angreifen bevor er mir über diese reihe schaden machen kann und wenn er nicht in einzug fünf schaden macht dann bekommt das ein komplettes leben wieder zurück wenn ich darauf natürlich noch das tödliche schwert weg und bekommt jetzt nur einen angriff und eine verteidigung mehr aber jeder der ihn angreift wird einfach sterben weil er sein schwert vergiftet hat das ist eine sehr gute kombi warum würde ich sagen wir behalten unsere hand ja wir behalten unsere hand müssen zwar jetzt erst mal wieder mann ausgehen magikarten ich sage normaler klappt bei hauskern als mann doch hauskern sehr ähnlich wenn bestimmt einige leute auch können so und spiel ich wie das geplant war hast weiter können jetzt sowieso nicht töten macht mir zwei schauen mit dem oder sie macht mir zwei schauen sie wollen nach links wir wollen dann nicht nach links das natürlich ein bisschen blöd aber wir geben ihn tödlich und machen angriff das ist ein bisschen blöd dass sie hin und her wandern das ist aber das war das einzige spiel in dem ich das gemerkt habe also ich habe schon das campagne 3 durchgespielt auf dem smartphone wie ich letztes mal schon gesagt hatte er macht mir gleich mal fünf schaden angenehm eigentlich nichts ja sie kommen wieder rüber das ist sehr gut versuch drei schauen versuch drei schauen könnte ich bitte auch noch mal noch was anderes bekommen irgendwie ganz cool und wir bekommen jetzt ein magiker mehr durch das beschweren das ist ein effekt von ihm beschwerungen heute plus ein magiker max magiker passt soweit ich würde sagen greifen wir sie an sie kann uns angreifen wenn sie will sie hat nur ein leben egal wen sie angreift sie ist sowieso tot berechnet sie nicht mal tödlich aber das machte ihnen noch mal deutlich das war schlecht ja aber es wäre auch egal gewesen okay wir spielen aus und hoffen dass wir eine ausdauer karte am deck bekommen dann würde er wächter bekommen ich werde nicht legen okay ja das bringt uns alles nichts da auf der karte können wir momentan nicht spielen ich sagen machen wir anschauen perfekt das läuft schon deutlich besser als beim letzten mal ich will jetzt einfach mal so sagen zu beginn seines zuges bekommt er immer bloß 2 0 und bekommt einen angriff mehr dann sollte man jetzt relativ schnell tödeln sich natürlich für die wie oft habe ich denn die karte im deck es geht so nicht okay um die machen wir das jetzt ich bin jetzt hier ich bin jetzt hier noch die dinger die grauhafte karte müde ich gerne spiele das ist mein tag auch ein wächter sollte es kein großes problem sein schützt aber auch kein problem ich muss nur einen schaden ich kann es gerne einen schutzzauber haben jetzt haben wir zeit zum spielen es gibt jetzt dauerhaft die effekte die sind unterstützungskarten und der gibt jetzt eben allen verbündeten plus eine verteidigung dauerhaft solange bis er irgendeine karte spielt zum beispiel die meine unterstützungskarten zerstört so wir könnten jetzt ihn angreifen mit dem hier wir haben es dreimal das machen wir tatsächlich hat er nur schutzzauber oder hat er auch was anderes seine macht wird verdoppelt wenn sein schutzzauber gebrochen wird das war sehr dumm und nicht mitgedacht das war jetzt wirklich eine blöde aktion ich dachte ich könnte ihn damit töten aber ja ich hätte vielleicht mal auf die punkte schauen so dass ich in vier verteidigungen nicht mit drei schaden töten kann ja das war ein bisschen blöd keine prophezeiung leider aber spiele dann noch zwei schauen zu sie sich wahrscheinlich selbst nicht ok hat sein schützzauber gebrochen jeder habe ich jetzt auch in der schützzauber aber der kriegt keine versteckung wenn er gespielt wird ja wir können jetzt sehr viele karten spielen schritte verraten euch sie können ihn nicht töten noch eine fünf schaden auf sechs leben ähm er macht nur drei schaden spürt meine kläge nichts ok schauen wir mal weiter jetzt siehts deutlich besser als beim letzten mal so steht es sind auch deutlich schneller wie oft er einfach dieselben karten hat aber ich habe im entfekt auch was hat der für einen effekt ach das war das mit aktion und so gibt eine kreatur schützzauber gibt eine kreatur schützzauber ok was genau sollen die das jetzt bringen ich hoffe ich kriege noch irgendeine verstärkungskarte ich werde und gibt eine kreatur plus 2 plus 1 das ist doch schön ich bin den jetzt verlieren ähm wenn wir stärken wir dann stärken wir ihn perfekt ähm ich kann jetzt hier her gehen das muss normal funktionieren trotz schützzauber ne funktioniert nicht trotz schützauber ok also ich bin ja auch noch kein profi hier merkt man vielleicht leicht aber ist sowieso jetzt tot sei verdammt insofern kann uns das sowieso egal sein zack und wir haben gewonnen es hat doch deutlich besser funktioniert wenn man noch ein bisschen bessere karten zieht jo das war unser erster Sieg das ist mein erster nicht weil ich ja schon im akt 2 bin der akt 1 schon durchgespielt so dann jetzt bekommen wir hier eine Ausdauerkarte und hier so ein bisschen Geld im Normalfall genau 10 Gold und hier bekommen wir sogar 3 Ausdauerkarten das kann ich so prophezeiungwächter der ist gut den werde ich reinpacken ähm den werde ich auch reinpacken der ist einfach extrem stark von den Werten her braucht zwar 7 Mana aber wenn man so weit kommt dass man 7 Mana hat dann ist der auf jeden Fall sehr stark vor allem wenn man ein bisschen einen Wächter hat der vielleicht gut gebufft ist dann kann man den hinter dem Wächter spielen und dann muss er erst den Wächter töten und dann auch noch ihn töten dabei hat er schon 3-4 Mal schauen gemacht und das ist extrem ähm genau das lassen die Kreatur bestimmen ist eigentlich auch nicht schlecht kostet halt null Mana das ist das gute aber ich glaub da hab ich tatsächlich schon was drin kein Zeichen von Lanet glaubt ihr sie sind alle im Wrack gestorben? möglich oder durch die Einheimischen die Ame um unsere nächsten gegner das waren tatsächlich Gegner von denen ich sich gehasst hab werdet ihr gleich sehen warum aber dort hab ich auch am Smartfarn wo ich ein besseres Deck hatte gefühlt ähm ein paar mal verloren genau Unterdrückung haben wir schon einmal ähm schauen wir jetzt mal einfach mal Beim Seelenruf kannst du mit Seelensteinen eine neue Karte für deine Sammlung erschaffen. Seelenfalle zerstört eine Karte und gibt dir Seelensteine. Die könnten wir jetzt nochmal reinpacken. Die Drückung haben wir tatsächlich noch gar nicht. Seine Kreatur für Stumm. Besänftigung minus 4,2. Ich würde die mal rauspacken. Was haben wir noch bekommen? Was haben wir noch bekommen? Ich hab's vergessen. Ach, den Sumpfteufel und die Mumie wollten wir noch reinpacken. Wollten wir irgendwas rauspacken. Doch dringender Speer ist eigentlich ganz schön gut. Die andere, es war eine Dreierkarte, wie heißt die? Wie heißt denn die nochmal? Was ist denn die Dreierkarte hier? Packen wir mal zwei mal raus. Das würde ich nicht so oft bekommen, das ist ein bisschen nervig. Weil wir mit 3 Damage dann doch auch einen brauchen, der nicht so viel Leben hat. Ist natürlich gut, wenn einer hinter dem Wächter ist. Der nur schwach ist, aber viel Angriff hat zum Beispiel. Aber okay. Gibt es eine Sequenz? Achso, wir haben die Sequenz schon gesehen. So, wie sieht's aus? Eins, den packen wir auf alle Fälle weg. Den können wir jetzt am Anfang nicht brauchen. Und kommt die Karte wieder. Die Karte verfolgt uns einfach. Ich zeige mir eure Fälle. Ich zeige mir eure Fälle. Ich zeige mir eure Fälle. Zugehörst quasi, wenn er mich angreift, mir zwei Schaden macht. Ähm... Dann... Also er macht mir zwei Schaden und er bekommt dafür zwei Lebenspunkte. Und das ist ein bisschen nervig, weil der sich immer wieder hochbufft. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ja, das ist ein bisschen doof, aber es hilft leider nicht. Wir werden das schon schaffen. Ich bin bereit und diene. Ich bin bereit und diene. Ich bin bereit und diene. Ich kann mir jetzt schon langsam töten. Okay. Wir müssen jetzt erstmal ihn töten. Hilft ist alles nichts, wir können ihn. Doch können wir trotzdem spielen. Aber ich muss jetzt drei Schaden auf ihn machen, weil neun Schaden ist schon extrem. Den können wir ihn leider nicht gebrauchen. Und wir spielen unseren Rechter hier drüben aus. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier angreife, dann ist er weg. Er hat aber auch seinen Entzug wieder. Das ist jetzt eine blöde Situation Hatte ja zwar nur er den Buff bekommen, aber zumindest ist seine Kommission da weggegangen Jetzt bekommt er auch noch den Zug, aber er ist tot Ich höre und gehörte Ich höre und gehörte Der ist gefährlich, den müssen wir auf jeden Fall töten Weil wenn er jetzt einen Zugmonster hat Das ist eben die Kombi Seinen Zugmonster und dieses Teil hier Wenn er nämlich einen Zugmonster hat, uns Schaden macht, bekommt er Leben Und so viel Leben wie er bekommt, bekommt die Macht, also Angriff Und das kann extrem, kann wirklich ins Extreme gehen Darum, ähm, lasse ich das lieber mal Also töte ich den lieber mal schnell Warte auf Befehle Meure schwerfälligen Schritte verraten euch Wir töten ihn sofort Können wir zwar wieder kein Damage machen, aber das ist jetzt nicht so dramatisch Wir haben von den Karten ja die bessere Aufstellung Da bekommen wir wieder 2 Damage Äh, okay, da bekommt jeder Spieler 2 Damage Okay, da bekommen die anderen in der Reihe bloß 1 Beteiligung So, wir brauchen wieder einen Wächter Dankeschön Sogar ein extremer Wächter Ist das eine besondere Karte? Ne, ist gar keine besondere Karte eigentlich Zack Und wir verstärken die hier noch Und dann greifen wir einfach mal an Wir können jetzt auf jeden Fall einige so ein Damage austeilen Und ich glaube dann ist die Runde auch relativ schnell wieder vorbei Entzug und Stürmangriff Und dann haben wir noch Ich glaube dann Das ist ja schön Und dann können wir hier wieder schön auf Damage gehen Ich würde zwar jetzt wahrscheinlich den Wächter hier töten mit seinem Biest Aber das ist mir relativ egal Kann ich ruhig machen Ich glaube er kommt dafür erstmal wieder 2 Schaden Ich würde ihn vielleicht angreifen sollen mit dem Schutzzauber Mit seinen ganzen Krabben Das schwört der Schneehund Schneefuchs Okay Das ist nicht so dramatisch Wobei er jetzt sowieso tot ist Das ist Macht ihr wieder keine Unterschiebe Ja Wir können noch alle verstärken Geist des Himmels leite uns Dafür werdet ihr bezahlen Und ich glaube es ist vorbei für ihn Seid verdammt So Nur ein Angriff Und die Karte ist extrem stark Muss man die lassen Weil die 8-8 hat Also die hat auch gute Verteidigungswerte Das wir die Karten oft auch nicht haben Ja wir sind Level Up Kann man ja auch mal sehen was passiert wenn wir Level Up sind Hier wieder die Quest Ähm Nach dem Sieg über die Zweiglinge sahen die Reisenden einen Letzten Der sie heranwinkte Nark wäre ihm gefolgt Aber Mutter hat immer gesagt Dieser hier ist zu neugierig Das ist auch noch so ein kleiner Aspekt von der Kampagne Ähm da kann man sich jetzt quasi aussuchen was man will Entweder man nimmt hier so einen Zweigling Ähm der eben sich regeneriert Den ich vorher angesprochen hatte Oder hier den Gegenstand Kann man sich entscheiden Ich nehm den Gegenstand weil ich einfach mit denen nicht spiele Mit diesen Karten Also mit Was kann ich was sind denn das Keine Ahnung hab ich noch nie damit gespielt Ähm und Ausdauer spiel ich eben Und plus 1 plus 3 und regenerieren ist halt sehr gut für Wächter oder so Warum Werden wir erstmal den packen Passt Dankeschön Die Abenteurer misstrauten dem Wesen Und fanden einen Schatz von dem es sie sicherlich hatte ablenken wollen So Das war's dann mit dem Wir bekommen jetzt noch unsere Spielaufstiegsbelohnung Und unsere Spielbelohnung Ist einiges jetzt Also das ist jetzt auch so ne Karte Das sind also besondere Karten Ähm Oder sind halt immer diese Karten äh Geschicklichkeit Jetzt seh ich sie auch Und ja Interessiert mich relativ wenig Weil ich sie eben nicht benutze Hier bekommen wir ein bisschen Geld War auch gleich 5 Gold Neues Deck haben wir bekommen Interessiert mich allerdings auch nicht Weil ich mit dem nicht spiele Keine Ahnung Das ist gut Bei Stufenaufstieg erhältst du manchmal eine Bonuskarte Welche Karte dies ist hängt vom Volk deines Avatars ab Ähm Ähm Der ist eigentlich nicht schlecht Es gibt ähm Andere Kreaturen Plus 1 plus 1 Das ist auch so ne Beschwerungskarten Über die ich eigentlich sehr gerne spiele Und das hier ist eben die Stufenaufstiegsbelohnung Wir bekommen das natürlich jetzt auf ne Geschicklichkeitskarte Bringt uns relativ wenig Aber man kann hier dann auswählen wohin er geht Also er ist jetzt im Moment tödlich Und man kann ihn jetzt eben zu ne Prophezeiung machen Zu tödlich und zu nem Wächter Oder wir gehen in die andere Richtung Ähm Dann können wir beim Beschweren ne Karte ziehen Ähm Wenn sie 7 oder mehr kostet Senkt ihre Kosten um 2 Das wird tatsächlich hier in diese Richtung gehen Auch wenn ich jetzt Geschicklichkeit nicht spiele Aber ich muss sowas auswählen Und Wächter und tödlich ist halt immer ne gute Kombi Auch wenn er nur 2 Verteidigungen hat Aber die kann man ja zum Beispiel über solche Karten wieder boosten Oder eben andere Karten wo du 6 Verteidigungen dazu bekommst oder so Und dann ist der halt schon sehr stark Wobei ich ihn sowieso nicht nutzen werde Gut Das war's dann soweit Die Kultisten haben in er oben in der Zuflucht gefunden Nur um deren neuen grausamen Bewohnern zum Opfer zu fallen Lanet! Ich könnte hier Hilfe gebrauchen Die Kultisten haben in der Oma In der nächsten Folge spielen wir hier weiter Oder wir machen mal ein Online Spiel Könnt man ja auch mal machen Vielleicht machen wir eine nächste Folge Auch in Online Spiel Ich hoffe ihr hat's gefallen Ähm wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao.